Jedes Jahr zwischen Januar und April werden in Deutschland wieder Superstars gesucht. Und da gibt es eine gleichnamige Sendung von höchster Qualität, die auf einem gewissen Privatsender immer ausgestrahlt wird. Und da gibt es Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 30, die sich da bewärmen. Und die denken, innerhalb von 4 Monaten kann ich Superstar werden. Manche haben Glück, die haben nur die Top 15 und die Top 10 und am Ende gibt es wieder jedes Jahr einen Superstar. Die hatten gedacht, er hat alles gewonnen, aber nach einem Jahr kennt ihr eigentlich keine Sau mehr, wenn man so sagen darf. Im Gegensatz zu diesen Superstars haben wir nun ein Mekli mitgebracht von einem wirklichen Superstar. Ich spreche natürlich von Elton John. Er hat 30, 40 Jahre lang mit seiner Musik, er hat komponiert, er hat Klavier gespielt, er hat gesungen, er hat produziert und jedes Jahr mehrere Hundert Auftritte gegeben. Und ja, ich denke erst dann kann man auch wirklich von einem richtigen Superstar sprechen. Wir haben nun ein Mekli mit seinen beliebten Melabinen, sozusagen seinen Favoriten. Nun, viel Spaß mit den Senior-Oberts bei Elton John Favorites. Aplausos. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020